In diesem Video möchte ich Ihnen die neue Insta-Cloud-Plattform einmal etwas näher bringen und kurz die wichtigsten Fakten und Informationen über die neue Plattform geben. Ich habe mich hier schon einmal eingeloggt, um Ihnen einfach hier zu zeigen, was Sie erwartet, wenn Sie die Cloud-Plattform verwenden. Nach dem Einloggen, sofern Sie bereits Kameras hinzugefügt haben, werden Sie automatisch auf den Menüpunkt Alarme geleitet. Hier haben wir eine Übersicht von unseren Alarmen. Sie sehen, hier auf der linken Seite haben wir Kameras setzt, welche Sie erstellen können. Wir haben die einzelnen Kameras. Sie sehen, wie viele Alarme Sie pro Kamera haben und können hier auch einzelne Kameras auswählen, um zum Beispiel nur von diesen Kameras die Alarme zu sehen. Eine wunderschöne Funktion ist, wenn Sie hier mit der Maus einfach über eine Aufnahme drüber gehen, dann können wir so uns schnell anzeigen lassen, was passiert ist. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel, dass das Auto losfährt und wegfährt. Und wenn Sie das Video sich in voller Größe anschauen möchten, dann können Sie auch hier draufklicken. Dann wird das Video in HTML5 geladen. Das ist plattformübergreifend. Das heißt, das funktioniert ohne, dass Sie irgendwas installieren müssen in allen gängigen Webbrowsern unter Windows, Mac und auch Linux. Sie können sich natürlich auch die Aufnahmen herunterladen von Ihrer Cloud-Plattform und können auch, wenn wir hier zum Beispiel unsere Alarme alle anzeigen lassen. Wir haben hier ein Multi-Select. Wir können zum Beispiel sagen, wir wollen alle Alarme, die wir momentan haben, auswählen und möchten diese alle herunterladen. Die Cloud-Plattform ist auf jeden Fall eine sehr günstige Lösung, die wir anbieten. Im Vergleich zu anderen Plattformen, welche Sie online finden, ist unsere Plattform mit Abstand, denke ich, die günstigste. Wir berechnen das Ganze nicht pro Kamera, sondern Sie kaufen einfach ein Speicherpaket und damit können Sie dann Ihren Cloud-Speicher erweitern. Ich zeige Ihnen das hier einfach einmal kurz unter Speicherplan. Sie können hier Speichereinheiten hinzufügen und diese sind dann für ein Jahr gültig, diese hinzufügen. Anschließend müssen Sie wieder einen neuen Gutscheincode kaufen. Das heißt, Sie gehen auch kein Abo ein, sondern Sie entscheiden frei, ob Sie die Cloud weiterverwenden möchten nach einem Jahr oder nicht. Sollten Sie das nicht tun, dann läuft Ihr Account einfach entsprechend aus. Also die Anzahl der Kameras, die Sie in der Cloud hinzufügen, ist unbegrenzt. Wenn Sie sagen, mir reichen 10 GB aus, weil ich nur einen Tag an Aufnahmen speichern möchte, dann haben Sie die Möglichkeit, zum Beispiel sieben Kameras oder mehr hinzuzufügen in der Cloud und können dies ganz problemlos verwenden. Sie haben hier auch die Möglichkeit, unterschiedliche Benutzer anzulegen. Sagen wir mal, wir haben jetzt hier einen Anzeigennamen Frau, also wenn Sie für Ihre Frau auch noch einen Account haben möchten oder für Ihre Tochter. Sie wollen aber nicht, dass diese alle Kameras sehen können. Dann haben Sie auch die Möglichkeit, für jeden Benutzer individuell einzustellen, welche Kamera der Benutzer sehen darf und welche er nicht sehen darf. Sie haben auch hier die Möglichkeit, unter Alarme eine Automatik zum Löschen der Aufnahmen auszuwählen. Wenn Sie zum Beispiel für eine Woche die Aufnahmen behalten möchten, dann können Sie das hier einstellen und alles, was älter ist als eine Woche, wird automatisch gelöscht. Es gibt zudem viele weitere Einstellungen, welche Sie in weiteren Videos finden. Dieses Video soll Ihnen lediglich einen Überblick geben über die Cloud-Plattform. Deswegen zeige ich Ihnen hier kurz noch den Menüpunkt Kamerasets. Hier haben wir unterschiedliche Sets. In unserem Fall haben wir jetzt einfach zwei Stück. Einmal Kameras in Deutschland, einmal Kameras in China. Und wenn wir hier zum Beispiel auf Bearbeiten gehen, dann haben Sie die Möglichkeit, diesem Kameraset weitere Kameras hinzuzufügen oder Kameras auch zu entfernen. Und hier unter dem Menüpunkt Kameras können Sie entsprechend Ihre Kameras hinzufügen. Da können Sie so viele hinzufügen, wie Sie möchten. Sie müssen dann lediglich den Benutzernamen und das Passwort in Ihrer Kamera hinterlegen und schon ist die Kamera bereit, die Aufnahmen online in der Cloud abzuspeichern. Der Vorteil für Sie ist, die Cloud ist wesentlich kostengünstiger als ein zum Beispiel lokaler Netzwerk-Videorekorder oder eine NAS-Station, wo Sie die Aufnahmen speichern. Zudem sind Ihre Aufnahmen natürlich sicher vor Einbrechern. Sagen wir, es bricht jemand bei Ihnen ein, nimmt die Kamera auch mit, nimmt die Speicherkarte mit und klaut auch noch Ihre NAS-Station, wo Sie die Aufnahmen speichern. Dann haben Sie natürlich den Vorteil, wenn Sie die Cloud-Plattform verwenden, dass Ihnen die Aufnahmen niemand mehr klauen kann, nachdem diese einmal hochgeladen sind. Die Cloud ist natürlich auch entsprechend sicher. Auf HTTPS legen wir natürlich genauso viel Wert wie auf die Datensicherheit Ihrer eigentlichen Videos. Alle Daten sind in deutschen Rechenzentren gespeichert, sodass Sie sich dort keinerlei Gedanken machen müssen. Und wir arbeiten natürlich auch stets weiter an der Cloud, um Ihnen viele neue Funktionen in Zukunft zu bringen. So werden wir zum Beispiel in Zukunft eine Übersicht haben, wo Sie sehr schön sehen können, wie viele neue Alarme sind drin. Und Sie haben eine Datenanalyse von Ihren ganzen Alarmen, so wie eine Zeitraffer-Funktion, um Zeitraffer-Aufnahmen zu erstellen und vieles weiteres. Also wenn Sie sich heute nicht für einen Cloud-Account entscheiden, dann schauen Sie auch einfach in ein paar Monaten nochmal vorbei. Und ich denke, wir werden Ihnen bis dahin viele neue Funktionen aufzeigen können. Ich hoffe, das Video konnte Ihnen einen groben Überblick über die neue Cloud-Plattform geben. Gehen Sie einfach einmal auf cloud.insta.de. Also geben Sie einfach cloud.insta.de in Ihren Webbrowser ein. Dort können Sie einen kostenlosen Benutzer-Account erstellen. Sie haben dann einen Gigabyte Speicherplatz für 14 Tage zur Verfügung. Testen Sie es einfach mal, benutzen Sie es mit Ihrer Kamera und überzeugen Sie sich selbst, dass die Insta-Cloud eine Bereicherung für Ihre Insta-Kamera ist. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit der Cloud-Plattform und natürlich mit Ihren Kameras.